Willkommen zurück. Wir sind mittlerweile Heft Nr. 3, Tüte Nr. 6 und in den letzten Folgen könnt ihr sehen, wie wir das schon schön erreicht haben. So sieht das Ganze von außen aus. Ich weiß nicht, warum brauchen wir das jetzt? So rum, so mal ne? Was zum Teufel? So rum, ja. Zoom unten mal wieder ein Stück ran, damit ihr wieder mitreden könnt. Oh la la la. Das soll klingen. Das kann doch gar nichts mit anfangen. Null. Klar. Den kann man auch noch. Wieder ganz viel Kleinfarkt. Die Lego-Lieft ist klein. Also seid uns nicht böse, wenn wir die Folgen in Originallänge lassen. Da wir uns dazu entschieden haben, tatsächlich Bauphase für Bauphase vorzugehen. Und wenn ihr für dich zwischendurch Pause machen könnt, YouTube merkt sich sogar manchmal. Auf mobilen Geräten merkt sich YouTube, wo du aufgehört hast. Hast du das schon festgestellt? Cool. Was hofft ihr denn jetzt? Also wenn ich mit meinem namenhaften Tablet irgendwie abends noch ein Video gucke oder so und ich unterbreche das und am nächsten Tag gucke ich weiter, dann fängt er da wieder an, wo ich aufgehört habe. Ja cool. Auf dem PC macht er das nicht. Im Gegenteil. Da fängt er bei der Werbung bei Null wieder an. Aber man kann sich ja aufschreiben, wo man geändert hat. Ja. So, was sind das für Blöcke? Hast du die schon gefunden? Tatsächlich da. Das sieht aus wie eine Knarre. Es gibt eine Pistole, ja. Hummer hatte mal eine. Die Folge heißt sogar Hummer und der Revolver. Wenn ich mich nicht irre. Und dann lädt er alle Leute ein, die einen Revolver haben, die meinen damit ganz toll umgehen zu können und mit den Ballern nur im Wohnzimmer rum. Die Folge kenne ich gar nicht. Ja. Ich weiß nur den Zusammenhang nicht mehr, wie es dazu kam. Ich weiß nur noch die Folge, wo er jeden zum Duell herausrollert. Ja, und auf einmal sagt einer, okay, morgen um 11 Uhr. Genau. Da hauen sie ja sogar ab. Genau, richtig. Verpflichten sie sogar. Also diese Krauen habe ich schon vor, ja. Ah, ja. Wo kommt denn das hin? Das kommt ja noch. Ja. Das eine muss nach hinten zeigen. Ach da. Nicht nach vorne. Ah, so rum, also. Genau. Ich denke mal, das wird die Duschkabine oder was. Das ist die Duschkabine. Ach so, aha. Ach, so eine Brause meinst du? Ja, genau. Ach so, aha. Ach, das kann man so, oh. Das ist die Browser, genau. Ja, ja. Das ist kein Revolver, könnte man gleich malen. Aber es ist, ja. Ja, dann steck's mal da, was hingehört ins Bad. Das ist ja echt. Kommt das dann hier drauf? Ja, das ist die Dusche. Definitiv. Das zoome ich euch mal ein bisschen näher ran dann. Ja. Also das ist gerade. So. Und zwar reden wir, darf ich da mal kurz ein bisschen? Ja, klar. Von diesem Teil hier. Das ist tatsächlich die Dusche. Und man kann das so ein bisschen im Winkel verändern und so überhaupt ganz schön. Ja. Hatte das auch mal gesehen. Das ist ja echt irre. Eine Dusche. Da kann man auch nur eine Türe rein. Oh nein. Da bekommst du aber noch eine an. So, dann guck ich schon mal, was es hier noch so gibt. Wir müssen das Haus mal umdrehen, sonst komm ich nicht rein. Ja, mach ruhig. Jetzt kann man nur die Tür reinsetzen. Die findest du wieder, ne? Man kann sie auch ganz schnell verlaufen. Ja. Wenn man das einmal dreht, weiß man es noch mal nicht. Okay, als Profi. Sogar blind. Blind reingesteckt. Ist das richtig hier? Ne, warte mal, da passt was nicht hier. Was denn? Ist doch richtig. Ne. Hier sollte auch einer sein. Siehst du das? Du hast es ja auch wieder... Warte mal. Ne, ne. Es ist schon richtig so. Da müsste noch so einer sein. Ja, dann stimmt der ja nicht. Ne, den kannst ja drinnen bleiben. Ja, oder? Ich war ja der Sechser. So, und jetzt passt das. Genau. Oh, das wird schon wieder spannend, ob jetzt alle Steile da sind. Na. Klar. Natürlich. Natürlich. Auf jeden Fall. Da machen wir ja keine Angst. Da machst du dir gar keine Sorgen, ne? Ist ja auch nicht dein aus. Ist das von Hummer. Unmatch. Ja, das soll ja trotzdem ordentlich sein. Das ist auch komisch, dass die Türen grundsätzlich einen zu niedrig sind, ne? Aber die sind dann halt mit dem Fußboden eben. So doof ist das gar nicht. Das war früher nicht so, oder? Ne. Früher waren die nicht eben ehrlich. Das waren... Da musste man immer gucken. Da fehlt noch ein Zweier. Ne, der ist falsch. Wieso ist das falsch? Ach, da kommt so ein... Ja, genau. Bitteschön. Da kommt bestimmt noch ein Bild hin. Denke ich auch. Mhm. Und da war es... Also da hast du schon... Da sind diese Vene Dusche. Ne? Ja, genau. Genau. Das ist Vene. Dusche. 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 Gut. Dann machen wir direkt hier weiter. Ein Vierer. Ein Vierer. Dann kommen diese Sachen hier. Und 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 das ist das. Oh nein! Ne, der ist zu lang. Da. Da. Und Sechser. Ja. Lassen wir es finden. Und es geht die Steine aus. In der Ecke. Mhm. Guck rein. Jetzt haben wir noch alles mehr gefunden. Tja. Bis jetzt. Aber das ist doch keine Ecke. Ist eine Ecke. Noch eine Tüte jetzt. Da ist sie doch. Passiert. Ich klebe schon mal. Die Tür hast du natürlich falsch gemacht. Wieso habe ich die Tür falsch gemacht? Weil der da hinkommt. Und der Zweier kommt da hin. Entschuldigung. Nix da. So. Was wolltest du da irgendwie? Ich klebe schon. Jazz. Ja. Passt doch zu Lisa. Ja. Denke ich. Das ist ja auch die gute Folge. Schöne Folge. Wie sie zu diesem. Ähm. Instrument überhaupt kommt. Ja. Die war irgendwie. In der Vorschule. Und dann hat man ihr gesagt. Man soll sie unterstützen. Und wo man verzichtet dann auf alles mögliche. Um ihr das Instrument zu besorgen. Richtig. Aber sofort. Ne. Die geht dran vorbei. Und sie sagt dann das will ich haben. Ja. Also ich bin durch. Ja. Ich muss ja nur kleben. Nur. Okay. Ich hab das einfach. Und was machst du heute Abend? Ich klebe. Ich klebe mit dem Klebstoff. Oh yeah. Ja. Da kommt dann jetzt ein Zweier rein. Ha. Okay. unten rein und drauf. Da kommt dann ein langer hin. Okay. Ein Zweier. Also manchmal frage ich mich. Warum machen die das gerade so? Ja. Das ist wegen dem Dach hier. Ja. Aber hier ist es eine ganz andere Abschüssigkeit. wenn es das Wort gibt. des Alltags. Genau. So. So. So war ich auch fertig. Genau. So. Wir lernen uns den Dachboden. Aber es kommt noch einiges. Das ist noch lange nicht das Ende. Ja. Das ist noch lange nicht das Ende. Ja. Und nochmal. Ja. Ja. Ich muss mir für das nächste Mal auch mal eine größere Speicherkarte holen. Ja. Jetzt so prinzipiell auch mal. Gut. Das geht ja jetzt so. Ich muss mir sowieso mal überlegen, wo ich meinen ganzen Kram abspeichere. Weil ich lösche ziemlich viele Sachen, was eigentlich nicht richtig ist, wenn man Filme macht. Da sollte man auch das Rohmaterial durchaus mal behalten. Und das tue ich nicht, weil ich einfach keinen Speicher. Das war schon, ne? Ich hätte ja gerne so eine Festplatte. Es gibt Festplatten, die beeinträchtigen den Prozessor nicht. Gibt das. Ich glaube über Thunderbolt läuft das dann. Ach, die kosten Spannigen. Aber die sind dann auch. Weiß ich nicht. Ein, zwei Terabyte kann man dann mal ruhig machen. Ui. Ja. Und deine hat doch auch drei. Ja, die ist so schön, dass du ja schon. Da ist auch schon Zeugs drauf. Und das kommt ja jetzt auch wieder drauf. Hehehe. Deswegen habe ich hier gesagt, ich kopiere das jetzt noch und importiert wird es dann direkt in die Mediatek. Das musst du jetzt nicht wissen. Ist egal. Ja, ist ja auch richtig. So. Dum dum dum. Dann kommt da 242. Genau. Und dann hier nochmal so ein Querbike. Genau. Ist für das kleine Dach. Und dann kommt hier ein großes Dach. Also kommt hier kein Zimmer hin. Und auch Bads Zimmer muss kommen. Also wenn Bads Zimmer nicht kommt, schreibe ich ein Drohbring. Bads Zimmer muss noch kommen. Das geht gar nicht an. Schauen wir mal. Nichts. Schauen wir mal. Aber stimmt eigentlich. Muss eigentlich noch. Wegen den Stickern auch hin. Erstmal wegen der Sticker. Und zum zweiten halt, wo soll Bads denn schlafen auf dem Sofa? Nein, nein, nein. Bads Zimmer kommt schon noch. Da bin ich ganz sicher. Das wäre ja ein Witz, wenn Bads kein Zimmer kriegt. Das muss ich mir vorstellen. So. Die brauche ich mal. Lang, lang, kurz. Okay. Dann kommt hier eine lange dran. Ja, lange dran. Und. Den kurzen suche ich jetzt wieder an. Da. Der ist doch was. Genau. Genau den brauche ich. Was hast du jetzt gemacht gerade? Das hier schon. Ach, da oben. Ah, ja. Den Schornstein. Den Schornstein. Kannst du recht weitermachen. Oder du machst damit weiter. Ich mach damit weiter. Ich mach damit weiter. Direkter Auffall an. Ja, es ist einfacher. Warum brauchst du nicht so Kreuzgrubbingen hier? Genau. Aha. Schornstein mit Kohle drin hier. Wobei, die haben gar keinen Kamin gebaut. Aber die haben ja auch keinen. Die haben keinen Kamin mehr. Der Keller fehlt noch. Der Keller fehlt, ja. Mit den ganzen Waschmaschinen und Haushaltsgeräten überhaupt. Genau. Oder wo sie ihr Pöckefleisch drin hatten. Wo ihr diese Sauna habt. Für die Rennepolge. Ja. Oder wo Hummer die, ähm, das neue Stadion plant. Ja, genau. Der nett dämliche Flanders Park. Oder wie er sich schimpft. Das ist ja so ein Name. Der dämliche Flanders Park. Ja, ja, ja. So ist das. Völlig begeistert. So ist das. Wenn du mal was gucken. Guck. Hm. Oder so. Na, so könnte ich was trotzdem haben, ne? Schau mal. Schau mal. Auf dem Dachboden muss auch Hugo hin. Beziehungsweise, ähm, ach, wie heißt der denn? Hugo? Ja, der Zwillingsbrunner von Bahn. Beziehungsweise siamesische Brunner. Den kenn ich gar nicht. Der war mal so ne Treehouse of Horror-Folge. Wo sie gesagt haben, die hätten den Bösen oben gelassen und den einigermaßen Guten unten gelassen. Hm. Und dann hinterher stellt sich raus, die haben die beiden vertauscht. Eigentlich ist Bart der Böse und Hugo dem Boden. Die Folge kenn ich, ne? Wen treffen wir noch auf dem Dachboden? Artisiv. Ja, genau. Auf dem Dachboden, äh, trifft man ja... Das ist normal. Geht man mal hin, da trifft man Leute wieder. Das ist auch so ein Charakter. Die hab ich ja schon mal. Ja. Zwei dunkle Lampen. Achso, die Lampen. Das wird jetzt dieses eine Dach schon mal. Das wird schon mal das eine Dach. Also es ist tatsächlich so, dass man alles abnehmen kann, um überall dran zu kommen. Du hättest das schon mal vorbereiten können. Achso, das wusste ich nicht. Ich hab mir gedacht, die lege mal hin. Das, äh, ja. Ja, hättest du mal machen können. Hätt ich, hab ich noch nicht. Das ist das selbe Prinzip wie bei dem anderen. Genau. Moment, einfach mal ein Moped jetzt nach meiner Haut. Achso. Das ist schon wieder falsch rum. Ich hab das gerade schon falsch rum gemacht. Tatatatata. Tatatata. So. Na toll, jetzt hast du es viermal gemacht. Ja, brauchen wir eh nochmal. Also von daher. Sehr selbst. Ja. In Lego singen, ja. Achso. Ich dachte jetzt. Ich wollte es direkt draufsetzen. Nee, es kommt aber andersrum, siehst du da? Die, die weißen Pinockel sind hier unten. Jaaa. Cool. Ein Teil des Daches ist schon einmal fertig. Jetzt kommt der zweite Teil. Ja, den darf ich dann machen. Der wird dann hier dieses Große hier. Nee, klar. Das wird dann hier komplett hier rum rein. Was geht denn hier um ein Eck? Guck. Wetten? Wetten willst du heute auch noch? Warte mal, was hast du da für eine... Ja. Ja doch, hast recht. Hast du das längere? Jaa. Alles klar. Wetten will ich auch heute noch, ja. Echt? Ja. Um was und mit wem? Mit dir. Und worum geht's? Ja. Darf ich die Wette hören bevor ich sagen? Ja oder nein? Ja, klar. Ja. Ich wette mit dir, dass du heute noch wettest. Ha. Hehehe. Lol. Genau. Lol. Oh, jetzt geht's auch voran. Oh, jetzt geht's auch voran, ja. Bam bam bam. Ja. 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 Irgendwas stimmt da nicht. Das sieht schon besser aus. Mhm. Eine längs, zwei quer, eine längs. Und dann kommt noch mal eine. Boah, den brauche ich mir eben. Oh Gott, Wille. Jo, jo, jo. Hä? Ist das... Ist das nicht egal, wie du... Ach so. So. So, jetzt muss ich nochmal zurückblendern kurz. So. Ich hab ein längs. Die quer. Zwei quers. Oder so. Genau. Dann quer. Dann die der zwei längs. Okay, da bin ich dann jetzt. Ja. Irgendwas hab ich falsch immer. Wieso? Ach nee, der hängt ja schon dran. Mhm. Ich war grad dabei, den Stein zu suchen. Aha. Jetzt kommt der Unterschied ja. Weil noch einen hätten wir ja nicht gehabt. Nee, nee. Das ist schon... Hä? Du musst ja erstmal das da. Ach da. Ich bin schon wieder ein Blatt weiter. Ja. Das kommt da hin. Und da kommt so... Länglich. Ja, das müsste sowas hier sein. Ja, das passt. Ja, ja. Das haut hin. Okay. Sehr mächtig. So, jetzt kommt diese ganzen Dinger hier drauf. Es gibt eigentlich zwei verschiedene Längen. Und diese Stäbe hast du da auch drin? Ja. Da ist auch nur einer. Ja. Dann ist ja gut. Ich hoffe, dass du was übersehen hast. So. Eins. Zwei. 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 Dann kommt hier der nochmal ein kurzer hin. Aber das hast du nicht. Wusste ich meiner. Den hier. Der sieht nur so komisch aus. Der ist schon da. Da, siehst du? Okay. Der ist schon da. Der ist schon da. Der ist schon da. Bis jetzt. Zwei. Die andere geht weiter rüber. Da verbrauche ich jetzt noch einen. Der hört einen vorher auf. Genau. Das ist ein halt gleich. Gut. Dann kommt so ein einzelner. Den habe ich hier. Und dann kommt das. Genau. So, dann habe ich die auch verbunden. Da ist es die Schornstein-Aussparung wieder, ne? Ja, genau. So, dann kommt wieder so ein Dreier hier hin. Bam. Das, das, das. Ja. So, jetzt kommt diese Umrandung her. Zweimal von dem und ein von dem. Genau. So, also bei der braunen Farbe kann man es echt verdammt nicht sehen. Aber beim Turm hatten wir das selbe Problem, bei schwarz und schwarz. Mit schwarz, genau. Jetzt aber umdrehen. So, jetzt kommt die Querdinger hier drauf. Genau, schwarzen Platten, Stabilisierung. Jetzt kommt noch mehr Umrandungen. Boah, was haben wir denn da? Ah, das sind diese langen Dinger, ja. Dann kommt hier so ein Einhörner hin. Dann kommt hier zwei kurze. Hier wieder langer, aber ohne einer. Oder mit einer. Der eine mit und der andere ohne. Ne, es sind zwei. Auch wenn es gleich ansteht, aber es sind zwei. Aber hier sieht man es auch, wenn man da reinguckt. Ja, mal gucken wir genau hin. Ganz genau hin. Einen freilassen und dann kommt hier. Und dann kommt der da hin. So, jetzt ist es auch stabil, da die ganze Gestrüpp. Genau. Auch wenn das jetzt ein bisschen aus dem Bild geraten ist, aber das ist ja nicht ganz so tragisch. So, zwei Pinocke und zwei Nicht-Pinocke und zwei nicht Pinocke und zwei hier. Und zwei hier. Oh, hier. Und dann kurz rein. Zack. Und da kommt wieder so ein Drei nur. Der ist ja hier. Zack. Ja, ist richtig. Der schließt bündig ab. Korrekt. Ja, damit es noch mehr Stabilität gibt. Auch, alles stabil. Achso, da sind wir noch. So weit gleich. Ja, ist richtig. Ja, ist richtig. Ja, ist richtig, ja. Und damit hört es auch aus, oder? So. Echt jetzt? Warte mal. Hey, da ist nichts mehr. Ja, weil wir hier noch so zwei Stangen übrig haben. Ach, weißt du. Pff. Das ist ja mittlerweile Standard, denke ich. Ja, aber so zwei richtige Stangen. Wo sollen sie denn hin? Ist ja gut, ist ja gut. Jetzt sollen wir auch hier hin. Und damit hätten wir das Dach Nummer zwei. Weiß ich. Aber ich schau mal, ob wir die vielleicht noch irgendwo platzieren müssten. Glaube ich eher nicht. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die übrig bleiben. Ehrlich, jetzt. Und dort ist das kleine Dach. Mal gucken, wie es fertig aussieht. Ja, da kommt auch noch eine drauf. Ja, eine lange. Sehste? Hier kommt die dran. Ach so, die hast du... Das lange habe ich, ja. Und hier ist auch eine drauf. Da hinten ist noch eine lange, sage ich doch. Ach so, das... Äh... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Äh... Das ist... Und dann... Und das... Ja, und dann kommt da noch... Ne, das kommt in der Mitte. Dann kommen die zwei eine noch da dran. Siehst du? Ganz penibel ist das jetzt. Ja, das habe ich vorhin aber auch nicht gesehen. Ja, aber dann haben wir ja noch diese hier. Ja, die habe ich jetzt aber im Plan auch nicht gesehen, oder? Hast du da was gesehen? Was ist denn das? Stangen und... Stangen und Gedöns? Stangen und Gedöns. Stangen und Gedöns. Haben wir Stangen und Gedöns? Ich gucke jetzt nur oben in der Übersicht. Das müsste rein. Ja, das muss ja rechnen. Das müsste am Ende kommen eigentlich auch. Weil hier... Da ist Stangen und Gedöns. Da ist Stangen und Gedöns. Das ist... Eine Antenne. Oh. War das dein Glas? Das war mein Glas, Entschuldigung. Machen wir gleich. Entschuldigung für den Krach. War noch was drin? Äh... Ja. Okay. Ja, wir lassen das jetzt eben. Wir machen die Antenne noch fertig und dann bist du das gleich eben auf. Entschuldigung. Kann passieren. Neue Gläser. Die habe ich tatsächlich noch nicht so lange. Zwei Euro. Ist nicht schlimm, kann passieren. Und ich mache so gleich ab heute, ja. Ja. Fall für die Versicherung. Ja, richtig. Jetzt habt ihr auch ein bisschen Action erlebt. Mhm. Das ist nur eine doofe Ecke dahin. Na gut, das ist egal. Wäre mal gespannt, was hier gleich noch passiert auf der Seite. Weil dann kommt das Dach auch andersrum. Ja. Na so. Wie ist der? Ich lege mich einfach mal ran. Jetzt kommt das hier auf den Dach. So. Ja, Antenne steht. Das ist die Antenne dran. Wie wäre es mit gerade? Hast du schon mal so eine Antenne gesehen? Ja. Guck, die ist so schräg drauf. Was so? Die ist dann nicht schräg drauf. Da ist ein... Da ist auch ein Knick drin. So. Ja, okay. Ja, okay. Ja, was? Okay. Mann, 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 Mann. Erzähl mir doch nicht, dass die Antenne so schief stehen kann. So, ich korrigiere nochmal das Dach von der Garage. Was korrigierst du? Ja, jetzt noch mal. Die waren ein zu weit draußen. Ach so. Ja, dann bauen wir die Tüte auf, fertig. Ja. Nebst kaputtes Lach. Das wischen wir gleich eben auf. So, wir sehen uns also in der nächsten Folge. Ciao.